Hallo ich bin Ali und ich trainiere Karate in unserer Fedela Sporthalle. Da die Beine schnell aus der Übung kommen, möchte ich euch heute zeigen, wie ihr heute auf wenig Raum und ohne Partner die Grundtechniken üben könnt. Dehnt euch ein wenig vorher, schnappt euch einen Stuhl und nicht vergessen. Immer erst das Knie hoch, dann das Bein strecken und dann wieder das Knie zurück und absetzen. Ich hoffe ich kann euch damit anregen, dass ihr ein bisschen was zu Hause macht. Bis später. tres une und Untertitelung des ZDF für funk, 2017